jetzt habe ich den scheiß eisheel stehen gelassen alter also katze ist ja klaus klar eine katze meine ich und papa ist dann ist auf jeden fall schon mal ein grund dahin zu fahren nicht hast du schon einen server für gta rp ne prax music ist der der unähren man hat sein wort bis jetzt noch nicht halt ich habe es noch nichts gehört und wäre jetzt auch in den nächsten zweieinhalb stunden drei stunden nix wäre ich sein stream die lassen es war im gesundheitsbereich und da kann ich es irgendwo auch verstehen wenn ich halt sage ich mal die habe ich erst mal gestreichelt und ein bisschen mit ihr gespielt also katze ist ja klaus klar eine katze meine ich und dann habe ich mit der musik ein bisschen gespielt ich wurde bei einem dreier gezeugt oh man doch also tut mir leid wer da nicht noch nie ein video gesehen was in mir so viel fremdschaden ausgelöst ich habe auch schon überlegt und jetzt werde ich weiß ganz genau was ich gleich wieder im chat sehe ich habe auch schon überlegt aktuell solange kein spiel da ist was so den übelsten heftigen reiz auslöst außer es ist natürlich neue season et cetera ob ob ich anstatt drei tage dann zwei tage stream erstmal und wenn dann neues spiel wieder draußen ist wieder mehr stream das war eine überlegung ja ich weiß passiv dies dass ich weiß schon dass euch das nicht gefällt ist klar dass euch das nicht gefällt war mir schon klar jetzt habe ich den scheiß eisheel stehen gelassen alter oder ich verrecke halt nicht perfekt ich habe es nicht gefällt